so was und das ihren weg weil er muss das wird nämlich jetzt geil sein ab egal der neue also in anführungsstrichen der neue reworked full ap galio broken lol quasi guck mal er sprintet ja hier der servison also unsere q macht jetzt 70 plus 36 und 6 prozent plus 2 prozent also zusammengerechnet 1000 schaden das auf level 1 sehr 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 geil ja dann kommen wir uns jetzt mal hier um um den guten twisted um den guten du bist jetzt guten tag wisse denn hallo irgendwie das heißt amomo fängt bei blue an der hilft ihm doch gerade oder okay er kommt und hier ja das ist die erste stelle wir haben zwar kein mensch bekommen aber guck mal also werden halt auch full apg also nicht irgendwie tanken oder irgendwelche komischen scheiß massen sondern richtig sah nicht viel damage und auto text ich meine erst schon relativ low das geht schon und eigentlich muss ich ihn jetzt nur in sein gesicht deschen und er kriegt prügel von mir so das heißt wir lassen jetzt pushen pass auf wir warten jetzt bis level 3 bis level 3 machen wir gar nichts machen wie wir sind ein hühnchen quasi wir sind safe und dann wird er sich zu denken ja der ist ja voll das hühnchen und dann kriegt er so heftig in sein gesicht ne guck mal er pottet nicht mal er ist ein dunnkopf wenn wir ihn jetzt angreifen dann pottet er und dann hat er gleich mehr leben als wenn wir ihn angreifen wisst du was ich mein jetzt sind wir level 3 die frage ist ich weiß nicht wie schnell das flash geht aber wir finden es heraus leute ja ich meine ja ich meine er hat kein flash männer und wenn wir jetzt die rand springende flieg katze machen ja das ist schon ich kann halt kein elektriküter mit auslösen die frage ist ob wir vielleicht eine andere rune nehmen hätten sollen können müssen vielleicht glücklicherweise das hört sich mal so nee aber das böllert ja nicht genug da wir verstecken uns jetzt hier wie ein garen und dann gehen wir wieder auf die lane ja da fehlt nicht viel aber eine e-kombo könnte reichen aber der taur wird mich umsplattern i guess jetzt werden wir uns gönnen leute wir gönnen uns jetzt 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 wirklich jetzt was ein kampf hier schon wieder du okay jetzt machen wir den chargenden werfkopf nein oh ja das ok das ok das ist genau wie ich geplant hatte jetzt gucken wir den wäldern ja ausbaufähig so wir wollen böller richtig böller nun sie wird sagen ludens ich würde mich aber auch auf dem tag sie sehen für ein paar meter steaks ja machen wir es mal so und noch schuhe dabei let's go na ich denke ich bin gallo ich habe ein kreuz wie eine statu ich warte jetzt und jetzt kommt der hu-abschlag und hier nochmal wave clear also ausbaufähig aber dafür haben wir das ich glaube wir sparen uns medias zusammen und dann gehen wir shoppen leute was hat ein plan wir brauchen noch 100 kneten wir können ihn sogar putzen leute wir warten jetzt bis er seine karte wirft und jetzt tschüss later also ist eigentlich okay soweit hätte ich gesagt medias am start let's go boys wir haben leider nicht so viel ap 118 so jetzt müssen wir gucken dass wir denken ich würde botlenk kommen ich will i come bot i come bot ciao go for this go for this go deep roll dich rein wenn roll dich für mich rein los wollte ich rein wollte ich rein roll dich für mich wie weit geht es überhaupt okay es geht wollte ich für mich rein oder sire irgendjemand ja oder er das geht auch ja noch ein bisschen noch ein stück noch ein stück noch ein stück und ja ja naja das habe ich mir besser vorgestellt hat ja nur 180 sekunden cooldown geht ja noch kappa ne können wir quasi morgen wieder benutzen tristet fällt will mich abfocken aber aber will er nicht er fakt sich selber das dinge auf charge macht mehr schaden ich glaube er flasht ja da kannst du einfach sehen wie unerfahren die leute ich habe nichts ready und er flasht aber ist gut weil wird jetzt gleich kommen dann wird er die faust ne bitte nicht töten bitte nicht nein 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 töt dich nicht nicht danke das sind meine steaks geh lieber top lane ach das ist übrigens mein duomate ne ich finde ich appreciate das aber das ist halt meiner ne das ist halt meiner later die e ist so schnell wenn es bei mir essen gibt wobei es gibt kein essen also das macht halt keiner ich mach das halt jetzt gibt es erstmal hier noch aufs maul zack und gerade zusammen ist noch ein ich mein naja okay ich bin raus ich bin raus wir sind hier bei gg nicht töten nicht töten nicht nein geht ja raus perfekte synergie leute leute das sind meine steaks sag mal hat es gerade bei mir geklingelt oh das könnte meine t-shirts sein nice ich muss beim kurzen wave klären ich schaff das ich habe habe ich hier kommt Leute Entwarnung 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 Geld So und jetzt takeen wir irgendwelche Leute Wir haben jetzt richtig sanig Geld Wir brauchen aber noch mehr Majors 6 Wir nehmen noch eine Wave hier mit Wir machen das mal so hier Zack So und so und zack Hier kommt noch so ein Passive drauf Zack Ganz nett Da haben wir gleich noch eine Queue Für Hoffentlich klappt das so Nice Dann bin ich nochmal unten Vielleicht geht der jetzt unten was Kommt schon Kommt schon Kommt schon Kommt schon Kommt schon Ja das okay Das ist äh Das ist ziemlich gut sogar muss man sagen Der Damage Kann man mit leben Ähm Den würde ich sogar Da hätte ich sogar Bock drauf Allerdings ist halt ALTO BELLY Ja Moin Ja Moin Ja hä Der Damage ist ja gar nicht schlecht Ja Ach shit Wir haben hier wirklich niemanden Wie ist denn sie hier hinten gestorben Vom Minion oder was Ja Ja Ah hoho Moin Ja geil Geil Ja guten Tag Einmal bitte dein Leben Ja Moin Ja Moin Ja Moin Oh mein Boy der ist so tot Peng Peng Wuuuua Ich hab gleich eine Queue Und Feuer Ich komme Ich komme Ich komme Ich komme Ich komme Banana 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 Coco 12.000 Oh lol Ja ich seh mich hier noch Hurr 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 Nein Ja Sollen wir den getten Leute Oh Ja Moin Das wird jetzt aber nicht mehr werden Lauf Ah shit Oder wir gehen einfach für den Boy Hier komm Kaufen das Boy Ähm Ja 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 okay Ahem So okay Ja Ich bin da Jetzt müsst ihr auf jeden Fall Ja 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 Ähm Das ist okay Ähm Das ist nicht okay Jetzt wir haben halt nichts gerade Leute Wir haben nichts Alles ist auf cooldown Da wär ich aber dabei Da würd ich mich sehen Wo ist der Twistlefait Ähm Das ist jetzt nicht so geil Das ist okay Miau Ja Können wir die getten Gette sie Ich würde auch noch den Nah getten Hallo What Hier Ja okay Wenn ich hier stehe weiß ich dass ich gleich sterbe Leute können wir groupen Group Ah Da 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 Ja moin Dann war halt nur die E Ja so das ist jetzt schlecht Das ist jetzt schlecht Das ist jetzt schlecht Wenn es nicht da Das ist jetzt wiederum schlecht Ja jetzt killt die Frau da alles Ja okay meine Kühe hat sich direkt umgebüllert Ja Bro da oben die kommt gleich wieder Oh ich hab sie gekillt ausgesinhen Cool Hup Yeah Kaioken Hup Ja 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 Das ist okay ... war trotzdem eine schöne Runde Ähm Ja am ende hat mich die Kaiser Dann doch, aber ich... Da, 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 da... Da, 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 da...